Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, trotz so einem Chaos. Oh mein Gott, Leute, es tut mir wirklich so unendlich leid. Ich bin so verzweifelt und so gestresst. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Letzte Woche kam kein Video. Ich verstehe euch vollkommen, wenn euch das nervt. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Es nervt mich genauso. Ich habe auch drei Videos eigentlich schon abgedreht. Nur ich kriege diese Videodateien nicht auf meinem Laptop. Es funktioniert einfach nicht und ich verstehe es nicht. Und ich kann euch das mal zeigen. Ich habe jetzt hier meine Blog-Kamera gerade. Die Kamera nimmt auf und jetzt beende ich mal die Aufnahme. Seht ihr? Da steht Kamerafehler gefunden. Ich verstehe es nicht. Dann geht sie halt aus. Und das Ding ist ja, ich kenne mich halt mit solchen technischen Sachen nicht aus. Also ich kann mir dann auch nicht erklären, warum das da nicht funktioniert. Ob es jetzt an der Karte liegt oder Kamera. Voll komisch irgendwie. Meine einzige Rettung wäre jetzt nur noch mein Bruder. Ich habe ihn auch schon gefragt, nur er ist ja auch von morgens bis abends arbeiten. Ja, jetzt hoffe ich, dass er mir das jetzt morgen oder so, dass er mal nachschaut, was da los ist. Mal gucken. Ich hoffe, er kann mir da irgendwie weiterhelfen. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das auch schon mal. Vielleicht kennt ihr euch damit aus. Das heißt, ich muss jetzt halt wieder mit meinem Handy filmen und ich kann nicht normale Videos machen. Also ich könnte theoretisch diese Videos mit meinem Handy filmen. Aber ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ihr habt genauso keinen Bock drauf, weil die Qualität auch nicht so ist wie eine Kamera. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz schön nervig. Natürlich habe ich mir jetzt auch einen Plan gemacht, Videothemen, die für euch interessant sein könnten. Natürlich dann, wenn wieder alles hier funktioniert. Hoffe ich. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall was Cooles einfallen lassen, dass demnächst auf jeden Fall viel geilere Videos kommen werden. Ich werde mich da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dran setzen, damit ihr auch zufrieden seid und ich natürlich auch und damit wir alle zufrieden sind. Und ich werde auf jeden Fall auch versuchen, vielleicht dann nicht mehr so viel zu reden, sondern direkt zum Punkt zu kommen. Was für mich sehr, 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 ich kann wirklich nichts dafür. Das ist so schwer für mich. Ich versuche es bei jedem Video. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich ein Video neu starten muss, weil ich mir so denke am Ende, okay, boah, du hast wieder viel zu viel geredet. Und das denke ich mir jetzt auch wieder, nur wenn ich jetzt nochmal und nochmal neu mache und dann wird das gar nichts bei mir. Das ist immer so. Ich wollte euch das jetzt nochmal kurz gesagt haben. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich verstehe euch vollkommen, wenn euch das so abfuckt. Mich fuckt das genauso ab. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer auf mich. Oh Gott, ey. Weil ich weiß, wie sehr das so nervt und wie sehr das einen so, boah, was soll das? Ich verstehe das vollkommen. Ich bin momentan auch voll im Stress. Es ist sehr viel passiert, es ist sehr viel los. Egal, ob es jetzt in der Familie ist, es ist einfach sehr viel vorgefallen einfach und deswegen bin ich dann noch mit meinen Gedanken ganz woanders. Wir werden das hinbekommen und ich hoffe, ihr geht mit mir zusammen durch diese beschissene Zeit und wir kriegen das wirklich zusammen hin und dann zerstören wir, okay? Also ich hoffe, ich wünsche es mir. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen bei Wish bestellt und ich habe eh generell Format, zwischendurch eine Verlosung zu machen. Ich weiß nicht, wenn ihr mal Bock drauf habt, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Und ja. Ihr könnt mir einfach so, schreibt mir eure geilsten Videoideen einfach in die Kommentare, was euch einfällt, was interessant sein könnte. Und einfach richtig geile Ideen, die man machen kann. Jetzt nicht so, was unfassbar schwer ist oder so, weil da bin ich jetzt auch nicht so gut drin. Aber einfach was, was cool ist, was man machen kann, was ihr gerne sehen wollt. Weil ich glaube, ich habe jetzt auch viel zu viel Make-up gemacht. Ich hoffe, ihr versteht das und habt dafür Verständnis. Ich weiß, es ist schwer, aber ja, mich wegt das selber auf. Deswegen, egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Samstag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.